Herr Müller, es war ein Spiel, was man erwartet hat, dass zwei Teams auf ähnlichem Niveau gegeneinander spielen. Was war der Unterschied heute? Beziehungsweise hat Ihr Team erst ab der 50. Minute begonnen zu spielen? Nein, ich denke nicht ab der 50. Minute. Es ist sicher unglücklich, dass wir Reisner in den Rückstand gekommen sind. Man hatte mehr Chancen im ersten Drittel und man schafft es einfach einmal mehr, nicht in Führung zu gehen. Und dementsprechend sind wir nachher Reisner wieder in Pause gegangen und das ist sicher nicht gut gewesen. Ich denke, mit der Leistung kann man dann nicht zufrieden sein. Jetzt geht natürlich das Theater wieder los, die Fragerei nach dem Trainer. Sie können es wahrscheinlich nie mehr hören, aber was sagen Sie dazu? Ja, es ist kein Theater. Schlussendlich, wenn man nicht gewinnt und nicht punktet, das leistet sich nicht gut. Und wenn man hinten ab ist, braucht man mehr den Punkt, braucht man mehr den Sieg und da sind wir sicher nicht zufrieden heute. Wir haben vor der Partie gesagt, Verliehen verboten heute, jetzt haben Sie verloren. Hat das irgendwelche Auswirkungen, Konsequenzen? So schnell nach dem Spiel ist es schwierig zu sagen, dass es für Konsequenzen wird. Aber es ist sicher nicht gut, es ist nicht positiv. Und ich bin Sportchef, bin verantwortlich für das. Ich habe das Team zusammengestellt, ich habe Coaches zusammengestellt. Und jetzt werden wir weiter sehen, was passiert. Morgen dann in Biel mit PK Tilkonen. Ja. Alles klar, dankeschön.